Opa la, das hat zweimal schon so ein ganz klein wenig Klack gemacht, aber dadurch die Aufmerksamkeit hier vielleicht auch noch mal so ein ganz klein wenig erhöht. In der hier zeitlich gemessenen Zwischenzeit ein ganz klein wenig hintendran, 23 hier aber durch diese Wendung meines Erachtens nach das schon wieder rausgeholt. Und der ist dran, der ist dran, passen Sie auf, jetzt hier auf die Schlussmeter und da schiebt er an, kommt ins Ziel, auch er mit einer 34, nicht ganz, mit einer 35,4 Sekunden. Er ist tatsächlich schneller und macht aus diesem großen Preis eine richtig spannende Geschichte. Die letzten werden die ersten sein.